Kommt, kommt, kommt! Kommt, kommt! Anlaufen! Kommt doch mal rauf! Jawoll! Ja! 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 Sehr gut! Anbleiben! Geht immer weiter! Komm! Bitte, dann bitte Ele finalmente wieder anlaufen! Nein, noch die! Trump auf governo! Jetzt müssen wir uns! Er, bitte! Wieviel gifted Leute! Joey! Frau home, ihr könnt sie andern doch, Jugendliche, jeder geht schnell! Deswegen... So, die nächsten Spiele bei der U11 auf den Rasenplätzen. Ihr seid sich bitte bereit auf Platz 1 Karlsruher SC gegen Grassobos Club Zürich, auf Platz 2 SSV Reutlingen gegen Team Wiederhiel und auf Platz 3 FC Puhn gegen PSG Münsingen. Zürich, auf Platz 3 FC Puhn gegen PSG mithil. Okay! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR